Das Wort Mission ist ein wunderschönes Wort, weil es etwas widerspiegelt von dem, was Gott auf dem Herzen ist. Anteil zu haben an der Mission Gottes ist eine Ehre, denn sie entspricht dem Wesen Gottes. Wie mich der Vater gesandt hat, sagt Jesus, so sende ich euch. Wie hat denn der Vater Jesus gesandt? Er hat ihn gesandt aus Liebe. Er hat ihn gesandt aus Barmherzigkeit, aus Anteilnahme. Wie hat der Vater Jesus gesandt? Voller Güte, voller Gnade, voller Kraft, im Gehorsam. Und so gründet Mission in Gott selbst, in seinen großen Taten. Wir sind Teil dieser großen Geschichte, dessen, was wir Heilsgeschichte nennen. Die heilsame Geschichte Gottes, die rettende Geschichte Gottes mit den Menschen. Mission gründet im Wesen Gottes, in seinem Herzen. Sie gründet in dem Kommen von Jesus, weil er uns selbst diesen Auftrag der Mission gibt. Er der gekreuzigte und auferstandene Herr. Also, Mission ist positiv. Mission ist etwas Schönes. Sollen wir das mal zusammen sagen? Mission ist etwas Schönes. Sagen wir das mal?